Hey, mein Name ist Jaden, ich bin 19 Jahre alt und mache gerade meine Bankausbildung bei der Volksbank Bielefeld-Gütersau. Aktuell bin ich im ersten Ausbildungsjahr und habe mich super am ersten Tag gefreut, als die Kollegen und Kolleginnen mich herzlich aufgenommen haben. Bereits am ersten Tag wurde mir das Du angeboten, womit ich gar nicht gerechnet habe. Aber auch die anderen Kollegen, wie zum Beispiel Till, sind immer für einen da und mit denen kann man super die Pausen gestalten. Für andere da sein, das mache ich auch. Ich bin Jugendtrainer beim TUS-Quelle und trainiere 15- bis 16-Jährige. Was mir besonders dabei Spaß macht, ist, Sachen im Training auszuprobieren und diese im Spiel umzusetzen. Schönes Wochenende! Schönes Wochenende! Schönes Wochenende! Vielen Dank.